Hey Freunde, willkommen zu einem etwas anderen Test. Ich stelle euch die Batterien hier nicht einzeln vor, die ihr seht. Und zwar habe ich mir gedacht, ich werde die beiden Batterien zusammen verleiten bzw. verbinden. Und ich wollte mir den Effekt mal zusammen anschauen. Sprich, wie sieht jetzt die Red Daya zusammen mit der Red Tears aus? Das mache ich auch noch mit der Lemon Daya und der Red Tears. Also falls es euch interessiert, ruhig mal ein Abo da lassen. Ein Abo kostet nichts. Dann verpasst ihr das Video natürlich nicht. Und wir kommen mal zu den Einzelheiten. Jede Batterie kostet 11 oder 12 Euro, je nachdem wo ihr kauft. Zur Alternative, ich habe euch unten mal zwei Shops verlinkt. Einmal Zünd-ID, einmal Röder. Könnt ihr ja gerne mal vorbeischauen. Und jede Batterie hat 200 Gramm NEM. Das sind von Niko die 30 Millimeter 13 Schüsse. Und dann würde ich mal sagen, ich mache off-camera die Batterien zusammen. Und dann sehen wir uns draußen zur Zündung der Red Tears und Red Daya zusammen. Also Freunde, bis gleich draußen zur Zündung. So Freunde, wie versprochen jetzt hier der Zweierverbund von den Niko 13 Schüsse. Und zwar diesmal Red Daya und meine Ecke auch die andere da. Red Tears. Also nichts. ja alle irgendwie unterschiedliche standzeiten oder schusszeiten aber trotzdem sehr schön